Einen wunderschönen Gürtelabend, Separated Ammonitaren von Felix Watt Automatischen Blätten. Wir befinden uns über den Brücken von Berlin. Kurzum hatte ich unter, das ist schon da gewesen. Ich gehe mal verschippen ein bisschen ran. Da geht es ja nicht gut. Naja, kann ich nicht hinkommen, jetzt guck mal da. Ja, das ist das Leben hier. Ist aber noch ganz gut hier. Vier Meter für einen, also fünf Meter. Wir brauchen mindestens fünf Meter. Wir machen eine Lücke. Hier. High Speed Bicycle Fahrer sind etwas schneller als Autos. Ja. Das wackelt, das stinkt. Ist einfach scheiße. Aber das geht hier nur. Ja. Ja. So, jetzt gehen wir in meinem Kopf und Darin. Den Autos kommen von vorne. Warte, kleine Mädchen vielleicht da auch. Und Otto? Ah. Ja. Waren wir jetzt. Ist ein bisschen schief. Naja. So ist es. Dreckig laut. Ja. Und das ist dann das automatische Leben. Alle Wollnüssen. Ganz freiwillig. So. So. Und dann hier. haben wir wieder Taufwasser für. Ja. Vielleicht auch für Buddha. Da haben wir jetzt Schluss, meine Damen und Herren. Versinken wir ein wenig in schönem Wasser. Und tschau.